Das sind einige seiner Namen. Er, der mit dem schönen Gesicht und er, der... Dieses Wandbild stellt ihn als Gott des Nils und des Wassers dar. Und genau das sind die Mächte, die Seed jetzt besitzt. Kommt! Wir müssen einen Weg finden, um die Fluten aufzuhalten. Wir müssen einen Weg finden. Wir müssen einen Weg finden, um die Fluten aufzuhalten. Wir müssen einen Weg finden. Wir müssen einen Weg finden, um die Fluten aufzuhalten. Wir müssen einen Weg finden, um die Fluten aufzuhalten. Wir müssen irgendwie an diesen Stacheln vorbei. Dann los, gehen wir! Wir müssen einen Weg finden, um die Fluten aufzuhalten. Vorsichtig, es ist nicht schön, aufgespießt zu werden. Und wir müssen einen Weg finden, um die Fluten zu Stephen zu finden. Wenn ich mir die Brücke so ansehe, sollten wir uns beeilen. Wenn ich mir die Brücke so ansehe, sollten wir uns beeilen, wenn ich mir die Brücke so ansehe, sollten wir uns beeilen. Wenn ich mir die Brücke so ansehe, sollten wir uns beeilen. Wenn ich mir die Brücke so ansehe, sollten wir uns beeilen. Das dürfte ein Spaziergang werden. Okay, schwimmen wir eine Runde. Sobecks Kinder sind hier im Vorteil. Wir müssen zurück an Land. Okay, los, los, los! 僅isten Sie sich daran, können wir uns beeilen. Hau! Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Ah! 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 Alles eine Frage des richtigen Timings. Wir müssen weiter, egal wie riskant es auch sein macht. Du was kannst. Oh! 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 Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.